Hallo liebe Leute, mein Name ist Peter und ihr guckt euch AVR Group Media Kanal an. Heute werden wir über ein interessantes Thema sprechen, und zwar der Internetsicherheit. Wie sicher seid ihr im Welt um euch? Musik 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 By the way, wir sind gerade hier auf der Görlitzern Gipfel über der Stadt Villach in Österreich. Bis jetzt müsstet ihr wissen, dass ST22 Laszlo, Laszlo Deiker, ist ein relativ guter Freund von mir. Er ist ein RKW-fahrender YouTuber, und wir besprechen die wichtigen Themen Tag zu Tag, was mit uns passiert, wie YouTuber zu dem YouTuber. Wir helfen uns gegenseitig, und neulich hat er mir eine WhatsApp Nachricht geschickt, mit dem Thema, eine Firma hat sich bei ihm angemeldet und möchte mit ihm einen Vertrag abschließen. Ein Vertrag, wo eine Leistung dahinter steckt, dass wenn jemand auf seiner Webseite gerade ist, anguckt, dann kriegt er einen Telefonanruf, und wenn er drangeht, dann wird derjenige, der seine Webseite gerade anguckt, auch angerufen, und die können miteinander sprechen. Was bedeutet das, wenn ich zum Beispiel Schokolade verkaufe, und jemand meine Schokolade-Webseite anguckt, dann werde ich telefonisch mit ihm verbunden, und ich kann ihm überzeugen, dass er meine leckere Schokolade kauft. Nun, habt ihr eigentlich nachgedacht, woher hat diese Firma die Telefonnummer, die Name und Adresse von dem Individuum, der gerade meine Webseite anguckt? Ich sage euch, es gibt eigentlich zur Zeit drei oder vier große Mammutfirmen, die solche Daten verwahrten. Wir können über Datenschutzvorschriften sprechen, die ab dieses Jahr gültig sind, beziehungsweise ab dieses Jahr keine Geduldung mehr gibt. Aber diese Daten werden verkauft, beziehungsweise diese Firmen, wie der Firma, den der Laszlo angeschrieben hat, an diese Daten rankommt. Ihr könnt natürlich auf euer Smartphone und auf euer Computer Einstellungen machen, wodurch ihr dieser Datensammlung zustimmt oder ablehnt. Aber ganz ehrlich, wer kann in dieses Gerät reingucken? Wer weiß ganz genau, ob trotz eurer Zustimmung oder Rückzug eurer Zustimmung doch diese Daten sammelt oder nicht? Ein Beispiel. Ihr alle kennt sicherlich den Automobilhersteller Tesla. Wusstet ihr, dass jeder einzelne Tesla, jeder einzelne Kilometer, was er fährt, an einen zentralen Computer hochschickt, damit dieser zentrale Computer einen besseren künstlichen Intelligenz-Algorithmus ausarbeitet? Das heißt, wie ich weiß, die sind jetzt bei 5 Millionen Kilometer. Das heißt, 5 Millionen gefahrene Kilometer ist in dieser zentrale Computer eingespeichert. Und praktisch ganze Europa und der Welt ist kartografiert. Die wissen, wo die Baustellen sind und wie diese Baustellen aussehen. Und klar, natürlich eine tolle Sache. Durch diese Informationen ist eure oder der Tesla von anderen viel besser fähig, unerwartete Situationen zu vermeiden beziehungsweise eine Lösung für diese Situation auszuarbeiten, auszudenken. Aber noch einmal, ihr habt eine Tesla gekauft. Tesla weiß euer Name, Adresse und er weiß, wenn ihr nicht zu Hause seid. Was, wenn diese Daten an eine Firma oder Groner zukommt, der beziehungsweise euer Haus ausraubt, weil er weiß ganz genau, dass sie unterwegs seid. Was kann man natürlich tun? Man kann sich unter einem Stein verstecken. Man kann sich eine unbewohnte Insel kaufen und seine Smartphone wegwerfen. Allerdings, das ist in der heutigen Zeit eine ziemlich unpraktikable Methode. Was ihr tun könnt? Ihr könnt viel besser aufpassen, was ihr mit euren Handys tut, für welche Programme, welche Apps, welche Zustimmungen erteilt. Klar, man weiß nie, ob auch diese Zustimmung betrachtet wird oder nicht. Aber dann kann man schon ein bisschen besser schlafen, wenn man solche Vorkehrungen macht. Schreibt mir bitte einen Kommentar unter dieses Video, wenn ihr auch einen Episode darüber haben wollt, was man alles auf sein Handy oder auf sein Computer einstellen kann, um etwas sicherer in der Welt unterwegs sein zu können. Ein nächstes Thema ist, sicherlich habt ihr den Film Fast and Furious 8 gesehen, wo ein Programm, irgendwelche Auge wurde das genannt, Leute um das Welt findet, durch Aufnahmen von Sicherheitskameras und durch Aufnahmen von Verkehrskameras. Meint ihr, dass es Science Fiction ist und nur in einer Firma existiert? Glaubt ihr oder nicht, es ist absolut möglich mit der heutigen Technologie solche Verfahren zu entwickeln? Und was jetzt? Ihr geht nur noch mit einer Tüte auf dem Kopf auf die Straße? Nee, muss man nicht. Allerdings, es ist auch sicher, dass der nichts zu verbergen hat, der muss auch nichts fürchten. Und noch ein Beispiel. Gerade heute war ich in einem Hotel in Wiener Neustadt, wo der Telefon in der Hotelzimmer war eigentlich ein Handy. Der Handy auf einer Ladestation, der so senkrecht stand. Ich meine, der Handy war senkrecht. Und die Idee dahinter war, dass solange ich Gast bei denen bin, ich kann jede einzelne Nummer anrufen auf der Welt. Kostenlos. Aber dieser Handy hat doch eine Kamera. Vorne und hinten. Was ist, wenn ich mich mit meiner Frau ganz wohl fühle? Und die zeichnen das Ganze auf. Oder was, wenn ein Politiker gerade mit einer Dame, der nicht gerade seine Frau ist, sich in diesem Hotel wohlfühlt? Ja. Natürlich habe ich gleich den Handy ausgeschaltet und waagerecht auf den Fachboden hingelegt, dass, wenn die Kamera doch angeht, die Decke anguckt. Aber der Auge war auf. Ne? Und noch ein Beispiel für die Position, wo ihr gerade seid. Zwei Beispiele eigentlich. Wir haben in Ungarn beim Budapest eine Hügel, heißt Türkenspringer und Jugendliche mögen im Sommer dort zu versammeln und Musik hören. Heutzutage geht der Polizei überhaupt nicht mehr hin, wenn ein Telefonanruf kommt, dass die Jugendlichen zu laut sind. Der Polizei guckt sich einfach ein Handy an, der auf diesem Hügel befindet, ruft dieses Handy an und macht die Durchsage Leute, ihr verschwindet oder wir sind in zehn Minuten da, aber dann seid die alle im Knast. Und das funktioniert. Der zweite, wenn ihr euch noch erinnert, vor ein oder zwei Jahren gab der Nachricht im TV und im Radio, dass ein Spinner auf dem Autobahn auf Lkw-Fahrer geschossen hat. Dieser Idiot, sage ich mal so, wurde auch geschnappt. Es war ein Lkw-Fahrer, der mit einer Flobert Waffe aus seiner Lkw auf die entgegenkommenden Lkw geschossen hat. Wie hat ihn die Polizei gefunden? Ganz einfach, die haben einfach angeguckt, welches Handy war bei alle drei oder vier Vorfälle vor Ort. Es gab nur ein einziges Handy, der bei den Vorfällen alle vier oder drei Vorfälle dabei war. Die haben einfach den Typ geschnappt und der Fall war erledigt. Also, jeder weiß, wo ihr seid. Er braucht nur Zugang zu diesem System. Na gut, es war genug für heute. Danke, dass ihr mit mir hier wart. Abonniert meinen Kanal und teilt diese Video mit eure Freunde, damit die auch mehr über dieses Thema erfahren können. Und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss. und noch mit Musik 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 Test 1, 2. Test. 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 Zest 1, 2. Musik 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 Musik